Willkommen zurück zum Let's Play Magen-Darm-Projekt Natürlich nicht Ich bin Ihr Dr. Flexi Willkommen Entschuldigung Was habe ich denn jetzt? Nein, natürlich nicht Das ist wahrscheinlich ein Diamant hinterher Ich wusste es, ich wusste es, ich habe es geahnt Ich habe es geahnt Und da sind wieder die scheiß fiesen Fiesen, 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 fiesen Lavaspuckdinger Teilchen, Bumsdings Hast du nicht gesehen? Da kommen wir nicht durch Noch nicht zumindest Da oben ist schon mal die Tür Was haben wir hier? Da haben wir Männchen, da können wir dran ziehen Jetzt dürfen wir da lang Ah, ja Dürfen wir Mitfließen Mit dem Oh, da oben kommt schon wieder neue Lava Aber wo ist unser Kollege hin? Lass mich raus Lass mich raus Ich will raus Da gab es doch mal früher so ein Lied Ich will raus Na, jetzt geht es in die andere Richtung Wecken Oder? Ne, noch nicht Muss man da nochmal dran ziehen Damit das Wasser nochmal kommt? Oder wie schaut es aus? Ah, ne, noch nicht Ich komme schon von alleine Sehr schön Sehr schön Sehr schön, sehr schön, sehr schön Gucken auf hier Ich verliere total den Überblick Ob hier ein Diamant ist oder sowas Aber hier gibt es nur einen So wie es ausschaut So Gehen wir auch noch mit Was passiert jetzt? Ah, die Tür ist offen gegangen Okay Aber da hinten möchte ich nochmal hin Oder vielleicht hier unten Vielleicht ist hier irgendwie ein Bonus Nein, kein Bonusraum Haben schon lange keinen Bonusraum mehr gefunden Fällt mir gerade auf So Das wäre erledigt Gucken wir mal, was jetzt Was jetzt passiert Na, jetzt geht es wahrscheinlich in die andere Richtung Ja Jetzt Sieht aus wie so ein Fahrstuhl Und irgendwie Irgendwie ist mir gerade ein Fliegel Ins Gesicht geflogen So 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 Ich brauche Wasser Wasser, 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 Wasser Gott sei Dank Noch ein bisschen Noch ein bisschen Wascher mitgenommen Jetzt kommt wieder dies Dies scheiß Zeug hier Das kann ich aber auch nicht gebrauchen Hallo Hallo, ich habe mich noch abgekühlt Was soll denn der Dreck Und warum wird es hier so eng gerade Und ich darf keine Wände berühren Ja super, toll Das muss doch mal einer sagen Und wenn ich jetzt kein Wasser In der nächsten Zeit kein Oh Gott In der nächsten Zeit kein Wasser finde Da muss auch mal einer sagen Dass man hier keine Wände jetzt mehr berühren darf Seit neuestem Toll Aber ist ja das Magen-Darm-Projekt Da kann ja sein, dass mal Scheiße an der Wand ist Ja, da ist jede Menge Scheiße an der Wand Ja, ich darf keine Wand berühren Hör auf zu zappeln, da Mach auf Okay, wenn man ein bisschen Gemütlicher durchfliegt Dann geht's, glaube ich Wo muss ich denn lang? Hier unten wahrscheinlich, oder? Die Scheiße, die stinkt So Oh Mann Scheiße, die stinkt Logisch Scheiße muss ja auch stinkt Sonst wäre es keine Scheiße So, wiedersehen Danke, das reicht mir für den da haben Ich bin mal gespannt, wer hier der Endgegner ist In diesem Level Ist es vielleicht der Riesenköttel? Man weiß es nicht Uah Ihr seid doch wohl doof Mich mit Scheiße zu beschmeißen So, da ist ein Diamant Ich weiß echt immer noch nicht, wofür die Taler sind Bringen die mir überhaupt was? Heiß, heiß Ein Schutschild Ein Schutschild Ein Schutschild Ein Schutschild Und ein Männchen Und da unten ist noch ein Männchen Äh Da kommen wir bestimmt später dran Ja, hier ist schon Wasser Hier oben So, da ist die Krone Nehme ich noch mit Weiß ich zwar immer noch nicht, wofür die ist So, da unten Na, können wir wieder mitfließen? Alles klar Schon kapisch Ein Jammert So 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 Dann kann das Wasser wenigstens abfließen Und so ein paar neue Wege bahnen Sehr schön Da geht doch schon die Tür offen Ich vermute mal, dass es das letzte Level ist Vermute ich mal ganz stark Uah Was ist denn jetzt? Ach, da wird die Lava mit eingedämmt Sieht das richtig? Cool Uah Uah Uah, nein Nein, 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 nein Uah Wow Wow, da will ich mal nicht hin Wow Hey Uuh Geil Cool Ich mein, hey Geil Nein, er ist gestorben, der mit dem Fähnchen Ich wollte doch mal lesen, was er zu sagen hat Nein Hallo Ich bin keine Flipperkugel Hui Ja, ich will da oben hin Ja, genau, da will ich hin Genau So Und du? Du bist kaputt So So, und dann geht's jetzt raus Zack Wunderbar Magen, Damen Wie hieß das nochmal? Magen, Damen Ah, Magen, Damen, Projekt, genau Magen, Damen, Projekt war's Sieht verdammt nach Magen, Damen, Projekt aus Und jetzt sind wir wahrscheinlich wieder keine Wände berühren Irgendwie so eine Scheiße kommt jetzt wieder Weil da wieder Scheiße an den Wänden klebt Und was soll das sein hier? Ach, die Blubberblasen Ach, da unten ist ein Kollege von uns Den hab ich gar nicht gesehen Ich brauch Wasser Ich brauch Wasser Aber ganz dringend Aber ganz dringend brauch ich Wasser Ja, toll Das Wasser hilft mir jetzt auch nicht mehr Äh Ah, hier oben wär ja Wasser gewesen Stimmt ja Sollten aufpassen, dass wir nicht hier getroffen werden von ihm Von der Scheiße Dass wir vielleicht so ein bisschen Fernbleiben von dem Zeug Dass wir da ein bisschen Ah, okay Hallo, ich brauch Wasser Wasser, 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 Wasser Wasser, 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 Wasser Und was ist das? Warum? So Da ist noch mehr Wasser Und da ist ein Diamant So Und da ist noch ein Männchen von uns Was nehmen wir noch mit? Und was sind das für Viecher? Mit Raketen Toll Super, mega, klasse Vielleicht sollte der Reflex auch mal treffen Dann wär's ja super hier So So, äh Hier haben wir nochmal Wasser Da müssen wir durch Ja, toll Wie soll das denn funktionieren? Ach, da hinten ist Ah, okay, alles klar Ja, 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 schon kapisch, schon kapisch Schon kapisch Schon kapisch Schon kapisch Aber erst abkühlen So, sonst lässt uns Sonst lässt uns keiner an die Außen Ah, an die Außenwelt Das gibt's auch nicht Jetzt fühlt sich das schon wieder Oh, Gott sei Dank Oh mein Gott So Da sind wir im Männchen, das retten wir mal eben schnell Wir können uns hier die Raketen hier erledigen So Was ist das? Was soll das sein? Achso, wahrscheinlich wieder eine Mine Wo wir denn hier durchkommen Die zwei Männchen retten Die Gegner erledigen Ich brauche die nachher noch stehen bleiben Uh, das sieht interessant Oh, das sieht nicht gut aus Wo müssen wir denn da hin? Hier ist Wasser Wasser ist immer gut Die sind nicht so besonders gut Was ist hier? Ein Schutzschild Immer gut Hat der noch was für uns? Eine Bombe Wofür eine Bombe? Weiß ich nicht Ah, ich weiß wofür die Bombe ist Ah, verdammt Und da unten ist ein Diamant drin Ich weiß wofür die Bombe ist Ich weiß wofür die Bombe ist Shit Dafür ist die Bombe Genau So Kommen wir hier oben wahrscheinlich weiter Ja Da ist auch Wasser Sehr schön Oh, da ist noch jede Menge Lava Damit ich jetzt gar nicht mitgerechnet hätte Denn Da sieht so förmlich danach aus Das müssten wir die letzten Diamanten mit dem Wasser dann irgendwie da kriegen Aber lassen wir erstmal die Lava hier runterfallen Uah, da ist auch noch mehr Lava Uah So Ja Sehr schön Wasser haben wir Wasser haben wir Haben wir zum Abkühlen Wasser haben wir zum Abkühlen Und Magendammprojekt abgeschlossen Sehr schön Haha Haha Jawohl Tittling Noch fünf Bis zur nächsten Level Freischaltung Fünf Diamanten Und Dort Geht's beim nächsten Mal weiter Und zwar Überall Blasen Was mag das wohl sein Das ist der Vater in der nächsten Folge Also macht's gut Ciao